Was man unter Neurodesign versteht? Naja, das ist eine ganz bestimmte Schule für Coachings, die sehr analytisch ist und sehr stark mit dem Verstand arbeitet. Vielleicht hast du mal was von der Neurografik schon gehört. Die ist relativ bekannt und wir, das Neurodesign, sind so die kleine Schwester. Wir arbeiten aber ein bisschen anders, aber wahnsinnig wirkungsvoll. Und wenn du mehr darüber wissen willst, komm doch in mein Infowebinar oder schau in irgendeine von meinen Happy Times rein. Die ganzen Links, wo man was finden kann, mache ich gleich hier unten drunter.